Mein Name ist Manfred Müllerke, ich komme aus Österreich. Für alle, die sich auf dieser Seite verirren und auch Interesse an Hypnose haben, es ist es wert. Ich habe in Österreich nach Ausbildungen gesucht, ich habe ein, zwei gefunden, die mich interessiert haben. Ich bin irgendwann auf die Seite von Norbert gestoßen und das hat mich einfach fasziniert. Das hat mich, ja, es war eine Bauchentscheidung, hierher zu kommen. Es war, wie man sagt, ein großer Weg, hierher zu fahren. Und ich habe es nicht bereut. Ich habe mir nicht vorstellen können, in sieben Tagen das zu lernen. Sieben haben wir nicht, wir haben sechs und ich bin sicher, ich kann hypnotisieren. Ich habe das geschafft, ich kann das. Und ich kann es nur jedem Österreicher, der da was sucht, fährt es daher nach Magdeburg. Danke. Vielen Dank.